Guten Morgen, ein strahlender Sonnenschein und leichte Bewölkung heute bei ca. 16 Grad in Appenzell. Ich nehme euch heute an meinem Wohnort mit auf einen klumpenden Rundgang durch die Hauptstrasse, Hauptgasse von Appenzell. Wir starten hier beim Parkplatz Ziel. Von hier aus sind es nur ein paar wenige Schritte dann in die Hauptgasse hinein. Wir laufen also hier vom Parkplatz Ziel los. Hier sind wir also nun auf dem Landsgemeindeplatz, der unter dem Jahr als Parkplatz dient. Wir haben hier diverse Restaurants und Hotels für die Werbung der Touristen und der Gäste. Appenzell ist ein sehr touristenlastiger Ort oder lebt von den Touristen. Hier ist das ganze Jahr durch sehr gut besucht. Man kann von hier natürlich wunderschöne Wanderungen in den Alpstein und in die Berge machen. Von hier erreicht man den Kronberg zu Fuß oder mit der Bahn. Das ist also, wie gesagt, die Hauptgasse. Hier ist bei uns das Hotel Drei König. Die verschiedenen Geschäfte links und rechts teilweise noch mit traditionellem Handwerk. Hier haben wir verschiedene Bekleidungsgeschäfte, vieles an Cafés, Leckereien, Konditoreien mit allerlei Leckereien. Aus dem Ort und aus der Umgebung verraten Zellen. Das ist auch immer wichtig, weil, recht gut in die Aufmerksamkeit zusammen wirken. Das ist auch sicher D Greenwillig. Untertitelung. BR 2018